Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei Stoneheart. So die Jungs sind immer noch total aufgeregt, weil Kampf und Schlacht und hast du nicht gesehen und wir stellen jetzt mal dieses Banner da hin. Und dann hoffen wir, dass die hier runter laufen. Nein, tun sie nicht. Warum tun sie das nicht? Hierher. Hier, Kollegen, da hinlaufen. Hier hin. Ja, nicht zu denen, die sind noch ein wenig zu krass und grob für uns. So, genau. Dann kommen die da hin und dann fangen die an, hier das wegzuklatschen. Da sind, glaube ich, oh, da ist Bluebell das Schaf. Können wir Bluebell das Schaf einfangen? Nein, wahrscheinlich nicht, weil wir keinen... Ne? Schade, schade. Naja. Gut, aber die beiden klopfen da jetzt schon mal ordentlich drauf. Da hinten kommt der nächste. Sehr gut. Und hier oben haben wir auch noch einen weggehauen. Sehr gut. Schön, schön. Da geht das. So. Jetzt die Kiste. Da wollen wir dabei sein. Wow. Richtig Zeug drin. Hier oben. Hier, zack, wir wollen das haben. Das war alles mal unser. Ne? Die haben nix selber gemacht. Die haben alles alle nur geklaut. Ejo, ejo. So. Hier oben ist auch nichts mehr. Das können wir dann auch wegmachen. Wenn's denn dem sein sollte. So. Hier oben. Ah. Ja, wir müssen hier, hier rum, hier rüber. Da oben müssten wir eigentlich auch noch eine Mauer erstellen. Irgendwo hier da, ne? Ei, 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 ei. Was können wir jetzt mit Bluebell? Das Häuptlings wertvollster Begleiter. Ja, aber du mach mal hier. Schauen, ob sie das irgendwann hinkriegen. Eventuell unter Umständen. So. Wie sieht's denn aus hier mit unserer Raven? Raven, wie sieht's aus? Du. Keine Chance, okay. Ah. So. Ja, hier unten. Ein streunender. Ein streunender Wolf. Da ist er. Ja, wo sind unsere Soldaten? SoldatInnen. Keine Ahnung. Weiß. Wie viele? Hallo? Ah, ja. Pause. Und go. Langsam go, aber go. Da kommen sie an. Da kommen sie. Ja. Jeder in die falsche Richtung. Sehr schön. Ja. Ah. Granios. Hier rum, hier rum, hier rum, hier. So. Eine Karawane aus einem nahegelegenen Kloster ist bei gesammelten Waren angekommen. So. Da können wir mal. Oh, schaut mal. Hier, die haben Sonnenschirme. Oh. Oh. Wir verkaufen mal. Wir verkaufen mal was von uns. Und zwar verkaufen wir jetzt mal die ganzen Sachen, die wir hier. So was. Ja. Verkaufen. 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 Das war falsch. Hier. 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 Hier auch. Weg damit. Hier. Hier. Dann gibt es hier noch irgendwo was. Ja, schau mal. Hier zwischen. Hier. Weg. Weg. Was nicht? Den schon. Den auch. Den auch. Den auch. Wow. Hier. Die auch. 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 Den auch. Und das soll es gewesen sein. Jawohl. Das war es. Ja gut. Das heißt. Ich muss es unserem Schreiner nur sagen. Er muss neue Fenster herstellen. So zehn Stück. So. Schreiner. Der Fenster her. Hölzern das Fenster. Zehn Stück. Mach mal. Verhältliches Update. Nicht genug Essen. Aber genug Stadtwert. So. Habe ich gar nicht mehr geguckt. Was das Kloster für uns gehabt hätte. Mensch. Ich bin so klug. Ja. Passiert. Was ist das hier? Goblin Ehrentoken. Mach mal so. Bauen wir das da oben hin. Hey da Gemeinde. Wie stehen die Dinge für euch? Ziemlich ruhig. Aber wisst ihr. Es ist ein schlechtes Zeichen. Wenn die Vögel aufhören zu singen. Okay. Meine Vermutung sind Wölfe. Goblin Wölfe. Achtet auf eure Grenzen. Ihr wollt sie nicht bekämpfen. Nachdem der Trainer sie vorbereitet hat. Hört ihr. Bunkert euch ein wenn ihr müsst. Rennt. Rennen ist gut. Es ist keine Schande einen weiteren Tag zu überleben. Okay. Ja. Machen wir. Passt. Keine Sorge. Kriegen wir hin. Ich meine wir reden da über Wölfe. Also. Hey. Mich irritiert das hier. Mich stört das tatsächlich richtig. Hm. Wir machen das mal anders. Wir machen das mal so. Und dann. Neu ansetzen. Hier. So. Jetzt aber. Neu ansetzen. Go. Jo. Jo. Gucken wir mal ob da jetzt irgendwann mal irgendwo irgendwie was passiert. Wäre nämlich schon irgendwie schön. Also. Kann mir doch nicht helfen. Wäre schon. Äh. Oh. Oh der ist neu. Aber ich glaube das brauchen wir. Das wollen wir. Mach mal. Fuck. Für die Verwendung bestellter Materialien wie Holz und Kohle. Aha. Jo. Haben wir den noch gar nicht gebaut? Komisch. Was haben wir schon ne? Seltsam. Naja. Werden wir schon sehen. So. Warum grabt ihr nicht? Verstehe das nicht. Möchtet ihr das hier grabt? Ähm. Mach mal hier. Mach mal den hier so. Mal gucken ob generell gegraben wird. Ja. Wartet mal. So. Mach mal den hier. Und dann. So. 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 Und dann. Gucken wir mal ob generell nicht gegraben wird. Oder ob nur hier nicht. Und so. Äh. Pause. Ach Gott. Die sieben. Okay. Zack. Und auf den da. Go. Klopf sie. Auze. So. Ja. Ich seh schon. Das. Macht wohl tatsächlich keinen Sinn. Hier kein Holz einlagern zu lassen. Und hier. Go. Dabei fällt mir ein. Oh stopp mal. Seht mal. Ein Stück näher ran. So. Und dann. So sieht gut aus. Das kann man machen. Ja. So. Ah ja. Genau. Hier. Hier runter. Hier hin. Da hin. Das geht vielleicht. Dann haben wir das auch noch. Das können wir ja mal. So. Gucken wir mal da. Ihr seid so doof. Ja. Das. Ich glaub nicht. Dass ihr das hinkriegt. Hm. Ich verstehe nicht warum ihr es versucht. Aber. Wenn er meint. Ja klar. Ja. Das wird nichts. So. Da fällt die erste. Da fällt die zweite. Sehr schön. Gut. Die Katzen laufen wenigstens weiter. Ganz toll. Okay. Da laufen welche los. Warum laufen da welche los? Ich hab doch. Hier ist doch Alarm. Ich hab Alarm gegeben. Also schaut was da zurückkommt. Meine Güte. Nein. Ey. Diese Unfähigkeit. Diese unglaubliche Unfähigkeit. Naja. Es ist. Ja. Was willst du machen? Ja. Okay. Jetzt hast du mal den Koch erwischt. Das war auch mal schön. So. Koch. Alter. Da ist der vier. Vier Bergtiger. Heldin. Okay. Toll. Ich freu mir. So. Habt ihr den jetzt verprügelt? Ist jetzt gut. Jetzt ist gut. Okay. Ah. Ja. Dann holt eure Helden. Wenn ihr denkt. Ihr braucht sie. Ähm. Wollt unserem Koch ja auch noch was hier. Äh. Koch. Und zwar. Hier. Ich weiß. Das ist jetzt nicht so toll. Aber. Wir haben nicht mehr mehr rohes Gemüse. Haben wir überhaupt noch irgendwas? Da steht Gemüse auf dem Feld noch und nöcher, ne? Dann machen wir es mal anders. Hier so. So. Und dann so. Ja. Bist du jetzt dann fertig mit Speichern. Danke. Liebenswürdig. Da darf. Ja. Das darf da drauf. Und das darf da drauf. Und das. Und das. Essen und trinken darf da drauf. Ja. Filze. Dürfen da drauf. Alle Pflanzen. Okay. Mal schauen. Ja. Wie normale Wölfe. Sie sind schnell, bösartig und furchtlos. Das rennt so lange ihr noch könnt. So. Da ist jetzt einer geholt worden. Zwei. Okay. Sie haben es tatsächlich geschafft. Und dann müssen wir wirklich. Wenn die auf. Wenn die wieder auf dem Damm sind. Müssen die wirklich da hoch. Und. Äh. Ja. Oh. Schlimm. 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 So. Warum wird hier nicht gegraben? Ich verstehe das nicht. Nirgends wird gegraben. Hallo? Da gehört doch überall Bergbaum mit zu, ne? Ja. Da gehört überall Bergbaum. So. Dann würde ich mal sagen. Und du. So. Du darfst nicht mehr bauen. Und du darfst nicht mehr bauen. Und du darfst nicht mehr bauen. Ja. Passt. Machen wir es mal so. Ach. Und die Goblins räumen wir jetzt hier oben ab. Oder was? Ja. Denkste. Ne? Kollege. Schon wieder ein streudender Goblin Wolf. Sehr schön. Da kommen da. Alle nach unten. Alle hier runter. Meine Damen und Herren. Dankeschön. Kommen sie näher. Ich meine, es ist einer. Jetzt. Komm. Jawohl. Danke. Sehr gut. Da ist es. Da haben sie sich näher gelassen. Da sind auch die Wölfe mit bei. Okay. Hervorragend. So, hier. Könnt ihr die mal weg machen? Hallo? Hey. Also manchmal fragst du dich da schon, ne? So ein bisschen wenigstens, frag ich mich da, ne? Knurrende Wölfe erscheinen. Yeah. Toll. Nochmal einer. So. Ein Gegner. Ja. Super. Hey, es ist. Alleine schon, dass Wölfe eine Leiter steigen können, ne? Ja. Ja, geht nicht. Okay. Hilft nichts. Geht nicht. Müssen sie weg. Weg und rum und hast du nicht gesehen. Ja. Na gut, dann ist dem halt so. Macht mal. Das eigentlich. Hey. Wo sind die eigentlich jetzt hin? Wo sind unsere Leute? Da sind zwei. Da ist drei. Okay. Sehr gut. Schneider, Schneider. Sage mir. Wie sieht es hier aus? Da sieht es ganz schlecht aus. Wie sieht es hier aus? Sieht noch viel schlechterer aus. Und das sieht noch gar nichts aus. Okay. Sehr gut. Wunderbar. Mach mal. Bitte hier anwählen. Da hin. Tut die da auch noch hin. Und die tut er bitte auch hin. Komm. Die auch noch. Ja. Ja. Auch okay. Mit dem Holzschwert. Ah ja. Ich habe schon mal gesagt. Die hellsten sind sie nicht. Aber ey. So. Da wird auch irgendwas nicht fertig. Ja. Ja. Okay. Ja. Neun Titel. Goblin schlechter. Okay. Sehr schön. Vielleicht kommen wir auch irgendwann aus dem Winter wieder raus. Das wäre doch mal eine Geschichte, oder? Das wäre doch mal eine echt super Sache, wenn man aus dem Winter irgendwann mal rauskäme. Ich weiß das nicht. Mach den da mal weg. Und die schlafen. Ach wie süß. Wie süß, wenn alle schlafen. Hey. Koch isst. Du nimmst dir. Nimm dir. Gönn dir. Mach mal. Mach mal einen schneller kurzzeitig. Nicht lange, nur ein bisschen. Ja. Ich verstehe nämlich immer noch nicht, warum keiner gräbt. Wenn ich ehrlich bin. Ja. Täglich Update. Jawohl. Aber irgendwie trägt ja auch keiner mehr. Hm. Seltsam. Also bauen tun. Bauen tun irgendwie noch alle. Okay. Passt auf. Ich glaube, ich habe da. Kann es sein, dass mir da ein Fehler unterlaufen ist? Ja. Genau. Du. Kein Bergbau. Kein Bergbau. Kein Bergbau. Oder? Job. Bergbau. Bauen. Du nicht bauen. Nicht bauen. Nicht bauen. Und jetzt? Ja, es sind keine normalen Wölfe. Ich habe es verstanden. Das hat dein Kumpel vorher gerade schon gesagt. Hm. So, jetzt halt. So. Wir können mal hier hingehen und dann. Nicht du. Nicht du. So. Okay. Fenster und Türen. Zum Kaufen. Ein Gegner. Also irgendwie ist das. Kann mir da irgendwie nicht helfen. Irgendwie ist das seltsam. Hier. 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 Nee. Alles. Alles gut. So. Neuer Titel. Fluch der Goblins. Okay. Sehr schön. Endlich wird da mal angefangen. A ist jetzt. Okay. Knurrende Wölfe. Okay. Ich sehe schon. Wir müssen da hoch. Ja. Irgendwann müssen wir da hoch. So. Okay. 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 Und jetzt noch in den nächsten da vielleicht. Das wäre doch mal eine echte Option. Ja. Danke. So. Hier rum. Hier rum. Hier rum. Hier rum. Hier. Du nehmen. Du Gönnung. Du. Hier. Jetzt können sie uns mal gern haben. Ganz einfach. Ja. Keine Böcke mehr. Geht ja gar nicht. Da hat man wohl endlich mal angefangen. Irgendwas zu tun. Hier. Lass mal schauen. Wir haben doch da bestimmt noch irgendwo was. Was wir. Ach. Schaut mal hier. Dahin. Dahin. Können wir da noch einen hinstellen. Hier vielleicht noch. So. Hier noch einen hin. Ja. Da gibt es Licht. Das ist doch ganz hübsch. Oder? So. Jawohl. Da kommen unsere. Recken. Ja gut. Genau. Klopft das Ding da hin. Will das haben. Ich will das. Ich will das. Ich will das. Äh. Nein. 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 Hier. Ja. Ja. Genau. Das wollen wir auch. Und das hat auch mal alles uns gehört. Das wollen wir auch alles haben. Allet unser. So. Wo sind unsere nächsten? Wo sind unsere tapferen Krieger? Da sind sie. Tapfere Krieger. Kommt angepfiffen. Hier hin. Ja. Da müssen wir mal schauen. Oder hier jetzt so. Wie wir Futter wegkriegen. Ne. Weil sonst wird das nichts mehr. Zack. Hier. Hier. So. Genau. Ei, 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 ei. Sehr schön. Jetzt hier rüber. Zack. Aufs Lagerfeuer. Lagerfeuer weg. In einer Nacht alles weg. Alles. Ja. Niedergemäht. Da haben wir die Ecke noch. Da haben wir hier. Da fahren wir da rüber. Und da fahren wir hier hoch. Würde ich. Würde ich mal sagen. Ich glaube das kommt ganz gut. Wenn wir das so machen. Dann. Ja. Steinhammer hat einen neuen Titel. Blutschreiber. Okay. Später. Total dieses Spiel. Welcher war denn das? Der da oder? Ausrüstung. Steinhammer. Mhm. Ja. Hilft uns wohl nicht. Ne. Hilft uns da. Hier. Attack. Das Update. Nein. Leider nicht. Ja. Das wäre. Aber. Hilft uns auch nichts. So. Okay. Es bauen alle. Also es ist egal. Ob ich ihnen das Bauen wegnehme. Ja. Oder nicht. Sie tun es trotzdem. In der Früh erst mal. Erstes Ding. Wir schauen mal. Ob wir das hier. So. So. Wird es da so reinstellen können. Mal gucken. Ob das da einer umstellt. Hoffen können wir ja. Ja. Hoffen können wir ja. Jetzt hier. Ah. Hier schon schön. Schön gemacht. Getan und gearbeitet. Ja. 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 Sehr gut. Hier drüben. Ja. Hier drüben haben sich die nächsten Goblinen angesiedelt. Ja. Auch scheiße. Mensch. Kinder. Nachricht an einem Pfeil wurde an deinem Banner. Okay. Streitkräfte sind auf dem Weg. Da sind Wölfe in deinen Wäldern. Ja. Dich beobachten. Ja. Ist okay. Komm mal her. Du da. Hier. 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 So. Okay. So. Mhm. 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 So. Würde ich mal sagen. Hier hin. So. Ah. Da vorne sind auch noch mal welche. Sehr schön. Hervorragend. Ganz granios. So. Wir machen mal so. Und dann hier. Und dann hier. So. 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 Dann weiter. ja dann lasst euch immer schön mit der ruhe jungs haben sich eilig ja 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 rüber ja nix portal hier ja 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 So, 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 wow, okay, sollten vielleicht mal hier, haben wir da noch irgendjemanden, der, oh, du hast dein Herz des Handwerkers, sollten wir dich vielleicht irgendwo einsetzen. Kultist, Beruf ändern, ja, haben wir nicht, geht nicht zurück, hier hin, so, gesellig, ja, gesellig ist doch, oder, Kultist, hier, gesellig ist doch gut, oder, Beruf ändern, die laufen ja immer in der Gruppe rum, also, hey, warum nicht? So, und wenn wir jetzt die nehmen, die nehmen und sagen, hier, Beruf ändern, ich wollte nicht den hier, ich wollte den, was fehlt uns denn dafür? Bogenschützenbogen, aber so einen haben wir doch. Aber so einen haben wir doch. Falsch, oder? Hier rum. Ähm, Jungs. Hier her, hier. Hier rüber, hier rüber, was ist hier? Ach, da gehört dann, ja, okay, 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 ich verstehe. So, hervorragend. Hat man das gemacht? Nein, hat man nicht, sehr schade. Ach, Gott. Äh, ja, mach mal den da. Hier hin. Hier hin. Okay, okay, okay. Oh, den haben wir auch noch. Hab ich schon ganz vergessen. Dreh den mal. Dreh den mal da lang und den hier bau doch mal ab. So. Hin, her, her, hin. Täglich Update. Jawoll. Da gibt es einen neuen. Wer kommt zu uns? Okay. Was kannst du? Schlafen. Yeah, Sleepyhead. Super toll. Ja. Okay. Haben wir das, 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 das. Ich würde sagen, ähm, hier hin. Nein. So, nein, nein, ja. Hallo. Er möchte nicht. Kein Bock drauf. Ah. So. Aber, meine Lieben, ich, äh, glaube, ich werde jetzt die Mauern noch, äh, fertig hinbauen, so im Pause-Modus und so. Und, äh, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das bedeutet, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergess dich zu bewerten. Bis dahin. Und ciao.